Heyo Leute, wir kommen zurück zu Super Luigi Land 2 mit Domi und der Hexe. Hahaha, ich bin die Hexe. Du musst rein, wenn es Hexe ist. Und Marios Feuerblume, ich versteck sie. Der Soundtrack ist sehr gruselig. Oh, Geister Goombas. Oh, Geister Goombas. Oh, wie cool. Oh, was? Mir fällt kein Reib auf Goombas ein, Scheiße. Oh, da sind Geister Goombas. Das ist... Nicht Goombas. Was? Ja, ich bin. Das ist super seltsames Lied. So creepy. Ja, total. Das ist es nicht, das ist es nicht. Das ist eine kleine Runde. Das ist es nicht, das ist ein kleines Besammensein. Gemültiges Besammensein. Ja. Nein, das ist Party, kein Party. Das war... Das war... Das ging schnell hierher. Was ist das jetzt? Nein! 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 Wie soll ich da... Gar nicht mehr. Ja, wie hätt's da sonst machen sollen? Ich würd es klein sein müssen, dann hättest du an der Seite vorbeispringen können. Oh. Oh. Ich würd es klein sein müssen, dann kannst du übrigens einfach hochspringen. Hm. Dann halte nicht. Glocke! Ja, Leute. Wenn sich Quellen hat, tut die Glocke. Ja, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Das ist, was ihr wollt. Ja, und aber mir ist kostenlos. Ja, ist wirklich kostenlos. Nur circa... Es kostet euch nur 20 Sekunden ihres Lebens. Und das war das Level? Nur circa 2% unserer Zuschauer sind Abonnenten, also äh... Ja, ungefähr. Das war unglaublich kurzes Level. Hier ein Grab. Das war zu schnell. Nein! Lötchen, da auf! Oh, ich kann echt wieder gehen. Was? Okay. Ich bin mir nicht sicher, dass das ging. Die Fenster nicht berühren. Was? Bist. Du? Ich weiß gar nicht, wie man das... Ih, in Egel! Oh, shit. Aber kennst du den Boss hier? Ich bin mir das nicht sicher. Aber ich suche auch gerade was anderes. Was suchst du? Wie viele unsere Abonnenten? Denn tatsächlich... Ähm... Was machst du da? Ich weiß nicht, wo wir das... Wo kann man das denn ansehen? Keine Ahnung, da gibt's ein Tool dafür oder so. Na, jetzt haben wir gleich. Wie find's für den Gegner? Ja, der ver... Erinnere ich mich. Super. Unbedingt? Nein, du brauchst nicht. Ich bin draufgesprungen. Glaube ich. Besen. Ich bin sauber. Mach keine töten! In dem man... Rauspringt. Du siehst du. Nein! Darunter. Darunter. Das ist da drin, Käfer. Auch richtig da war das... Da konnte man sich's angucken. Analytics. Mehr anzeigen. Also mal nicht selten. Abosstatus. Nutzer hat 13,1% unserer Zuschauer sind Abonnenten. Also... Guten Abend, man kann ja auch durchlaufen. Neh, wie die sein. Aber wenn's euch gefällt, lasst ein Abo da. Das ist kostenlos. Das ist wirklich kostenlos? Ich hab's getestet. Boah, ich hasse die Leute, die sagen, es ist kostenlos. Ob irgendjemand das nicht wüsste. Rentner. Die guckt kein YouTube. Ey, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir sind ja hier ein politisch direkter Kanal. RentnerInnen. Es gibt ja auch Frauen, die Rentner sind. Es gibt auch Frauen, die Rentner sind. Und andere. Wir wollen die Gesichter machen. Da wollen wir jetzt hier wieder raus. Luigi. Luigi, Luigi. Oh, das ist cool. Vielleicht sollten wir ein Video machen. Über das Gendern. Ich hab das Gefühl, dass das... Unsere Meinung da noch fehlt. Die Meinung ist nicht besonders, da geht's dafür. Wir können unsere Meinung mit Fakten belegen. Wir können uns ein gutes Video angucken, was... Also ein gutes Werk machen. Das ist ganz einfach. Jan ist... War eine gewisse Art und Weise dämlich. Wie weit es geht. Oh, shit. Der Boss. Oh, das war der Boss. Yeah. Ja, war ja. Ich hab ja was. Bin ich mir sicher. Ich glaub, der war nicht so schlimm. Oh, die bleibt fünf Stunden, so bis sie rauskommt. Sie macht irgendwie Feuer unter den Kessel und dann kannst du den Tuch und... Mit dem Rennsprüngen bin ich übrigens. Nee, du bist ein bisschen unter... Bisschen schlagen genau so, wo war das. Ah, dafür was? Was? Ich darf sagen, was wert, aber... Oh, er hat mich noch erwischt. Ich weiß nicht, ob du ein Feuer oder ein Stachen gekommen bist. Wir haben jetzt Feuer. Mario Land 2. Drei golden Coins. Sun Gold Coins. Quasi. Damit du das willst, wie wir entscheiden wollen. Ich will zum Mond. Ich glaub, das geht noch nicht. Das müsste von da vorangehen. Nein, ich glaub, das geht noch nicht, oder? Nein, guck, ich kann nicht hin. Das geht noch nicht. Ich muss jetzt alle Level machen. Wir haben das Level, wir haben das Nilfett Level und wir haben auch das... Äh, das Schildkunden Level. Dann bin ich die Schildkunde. Als Cooper war eigentlich natürlich. Oh, warte, wir könnten... Ah, war das 1.000 Münzen war. Oh, da, das war da eigentlich drin. Ach ja, der Endpost. Los, schlüp mich an! Das stimmt, das war die... Auf gehts, das Wasser! Chipschip! Warte, wie hießen die anderen Fische? Oh Gott! Chipschips und... Wie sind die anderen? Blooper. Chipschipschips. Genau... Nein. Blooper waren die Dings. Oh, was? Okay. Der Boss ist Box daheim! Oh. Der mich killt. Ja, aber die Hitbox nicht weg war. Ich meine, wenn es oder was, der ich nicht mag. Meistens... Äh, das ist, wie die meisten, äh... Kein, kein gutes, was er will. Hm, ich glaube, damals gab es keine guten, was er will. Das getäubt noch wenige gute. Wir glauben, äh, Donkey Kong Country. Äh, das sind die neuen. Und, äh, Yooka-Linni von Posten-Layer am Gute. Nein. Ich muss hier nichts machen im Grunde. Also nur... Durchschwimmen. Und dann läuft der 5 Meter zu weit. Hatte ich glaube ich schon. Ja. Kannst du bitte weggehen? Up! Danke! Oh, da ist ein Pilz! Gleich doch hoch. Alter ist nur jetzt groß. Oh Gott, fast so fick! Geh weg! Huh! Halt! 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 Mach's doch einfach so. Das war ich vorher. Hehehe! Oh nein! Das war übrigens der Rennensprung. Oh, das war's. Oh, zum Glück hast du es irgendwie an die Glocke. In welchem Szenario kommst du nicht an die Glocke? Keine Ahnung. Ich glaube, manche wusste ich aber nicht, was ich machen soll. Die leben. Yes! Das war ein cooles Level. Quasi, äh... Hol dir mein Leben. Alter. Drei Leben, Tommy. Oh, das ist U-Boot! Gewalt. Hä? Ah, nee. Das ist ja jetzt wirklich nur Woot. Das ist nur Woot. Hat er eigentlich auch was? Blei und so weiter? Nein, das hat wir ja in Chikasui. Ähm, hi! Ich hab's nicht auch in Mario vor... Wo ein Fischi, in dem man drin war... Ach, das ist ja ein bisschen zugeklaut. Äh, das ist auch hier für ein Kirby. Die können sich sogar wie... Die Gegner da. Ach so. Warum kann ich hier hin? Oh! Aus Gründen! Kannst du bitte... Kannst du bitte... Danke. Nein! Sehr cool, wenn man unter Wasser jetzt... Ist man schnell unterwegs? Wie schnell unterwegs? Ich bin schnell unterwegs. 860 Münzen schon. Nein! Scheiße! Ja, das gab nicht. Das kommt in einem anderen Spiel. Ja, tatsächlich auch. Ist auch gar nicht so eine schlechte Sache, dass man geduckt irgendwo durchkommt, wo man eigentlich nicht sein sollte. Ja, das ist halt so eine Stelle wie... Oh, du kommst nicht durch. Nimm doch Schaden! Oh, nein. Oh, die Nase! Oh! Ist das wert? Manchmal zwei Münzen. Vier. Vier. Sechs. Sind sogar sechs Münzen schon. Sieben. Sieben Münzen. Ah, ah, ah. Und der Weg weiter schon. Ich weiß es nicht. Aber das bleibt mir eigentlich ziemlich cool. Weil hier war ich schon. Weißt? Ich... Ich hab's schon mal kann, glaubt. Klar. Ich bin so viel besser wie du. Nein. Oh. Ich hab sowas mit dem Feuerblumen. Nein, das ist ziemlich spaßig, ehrlich gesagt. Ich bin relativ. Da ist immer noch ein Wasserlevel. Ja, aber es ist schon wieder so ein Halbwasserlevel. Ja, das ist gut. Doch, da funktioniert das noch halbwegs mit dem... Ja, schwimmt mal zwei Meter und danach kannst du... Nein, ich dachte, das geht. Ich meine, das war's wert. Ja, wenn ich zurückkomme, ja. Das war's wert. Wenn ich zurückkomme, ja. Oh, da kann ich ja hier voll durch. Ah, es ist wert. Das sind immerhin schnelle Kanonenkugeln. Das ist ein sch... schnicker, äh... Stern. Stern war das Wort. Stern. Für dich war's genau so, wie der Hintergrund gewechselt hat, oder? Ich wollte grad sagen, dass der Hintergrund sich gewechselt hat. Das habt ihr nicht gesehen, Leute. Aber mein Hintergrund hat sich gerade ins Dunkle gewechselt. Das sah halt so aus. Ich geh da mit gefährlichen Weg, oder? Ähm, was ist das wert? Ich denke. Oh, man kann da rein. Oh. Eine Blume. Oh, was ist das hier? Oh, das ist der Rückweg. Oh, Gott. Mein Lager. Oh, Gott. Die Erinnerung kam zurück. Geht auf. Also, ob du da nicht reinkommst jetzt. Hä? Soll ich denn da sonst rankommen? Oh, das war interessant. Das lass ich ja mal so stehen. So. Jetzt bitte da durch, ohne Schaden. Klar. Gut. Nichtsdestotrotz. Wo ist das? Wo muss ich denn jetzt da rein? Ja. Oh, Mann. Ein Sack voll Münzen. Oh, das war fast 100, oder? 50? 50. Oh, wir haben fast die 99. Ja, wir haben fast 99. 99. 99. So viel wie mein T-Shirt aus Bangladesch. Das war so teuer. Was soll das jetzt eigentlich? Boing. Könnten wir eigentlich ein Gesetz rausbringen, was uns verbietet? Was einfach den Bürgern verbietet, T-Shirts aus Bangladesch zu kaufen? Nope. Könnten wir ein Gesetz entwickeln, was... Das können wir machen. Und wenn, dann nur unter den Auflagen, dass die Menschen dann nicht versklavt werden? Wäre eine Möglichkeit. Oh, ich kriege einen Pils. Weißt du was? Will ich nicht. Auch zu Noten, wir machen das letzte Level im nächsten Part. Ist mir aufgefallen, dass wir in der Turtle Zone sind. Ist ja alles so zu. Das ist halt wirklich nur eine Turtle und kein Cooper. Oh, ja. Schlecht. Gut. Nein, im nächsten Part weg wie den Wolf. Gut. Schaut dann, Leute, wenn es euch gefallen hat. Gib ein Like, ganz nah oder bla 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 bla. Ihr kennt den Scheiß. Dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Und tschüss. Tschüss.